Was hatten wir nochmal? Und jetzt kommt Yamatami, ne? Und jetzt kommt Yamatami. Was macht das Publikum daraufhin? Absorbiere. Die rasten völlig aus, ne? Gut, dass wir das abgesprochen haben, denn wissen wir auch Bescheid. Bist du fertig? Ja. Dann würde ich sagen... Und jetzt kommt Yamatami! Alle Hände nach oben für Jazz und Matt! Und hier sind Tamma und Miriam! Shake your hips, sing it! La, 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 la!